Welcome back, herzlich willkommen zurück zu EinfachAktien bei EinfachAktien. Ich bin der Konsti, ich freue mich, dass ihr am Start seid. Heute mal ohne Handy in der Hand, ich habe zwei Hände frei, kann ein bisschen gestikulieren. Es geht um ein ganz, ganz wichtiges Thema, was finde ich schon auch kontrovers ist. Schwierig für einen zu beurteilen, beziehungsweise als, sag ich jetzt mal, sich schwierig auch zurückzuhalten, weil man dann immer auch oft dazu neigt, andere vielleicht zu verurteilen oder zu sagen, ja so und so würde ich das machen. Obwohl es ganz, ganz heikel und schwer auch für andere, naja, sag ich jetzt mal, diese ganze Moralkeule, es geht um das Thema Moral sozusagen, über andere zu schwingen und die Moralkeule zu schwingen und zu sagen, so und so musst du das machen. Das ist schwierig, das will ich mal so ein bisschen aufdröseln, wie ich das sehe, was Moral denn auch bedeutet, was es für uns Anleger bedeutet und wie wir das vielleicht auch einsetzen können für uns als Investment sozusagen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Lust drauf habt, kommentiert mal. Wie entscheidet ihr nach Moral sozusagen? Habt ihr Unternehmen im Boot, wo ihr sagen würdet, ja, da hat die Moral eine Rolle gespielt oder spielt eine Rolle und ihr nehmt Unternehmen nicht ins Depot, weil sie eben moralisch für euch nicht vertretbar sind? Könnt ihr gerne alles mit reinschreiben. Würde mich sehr freuen, dass wir uns da ein bisschen austauschen. Genau, gebt dem Video erstmal einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, kommentieren und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, bei mir auf der Reise dabei sein wollt. Kommt in den einfachen Aktien-Discord-Channel, weil wir uns über Moral austauschen wollen, über Investments, über Aktien, über ETFs, über Immobilien, über alles Mögliche, über Serien oder auch nur das Wetter. Es ist immer schön, eine Gruppe von Freunden zu haben, wenn es einem nicht so gut geht, wenn es an der Börse einfach auch mal nicht so gut läuft, wie es in dem Jahr ja irgendwie auch der Fall war, wenn man sich austauschen kann und wieder Mut holen kann und Sicherheit auch. Deswegen kommt in den einfachen Aktien-Discord-Channel, eine sehr, sehr hilfreiche und schöne Gruppe, die sich da aufgebaut hat. So, jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video, wie können wir quasi Moral auf uns übertragen und auf unsere Depots. Let's go! Gehen wir rein, was bedeutet denn Moral oder was bedeutet es, moralisch zu sein? Ich sehe das so, wir haben ja als Gesellschaft schon irgendwie, ja, was heißt Verpflichtung oder so, wir haben ja Moral oder moralische Werte für uns irgendwie festgelegt als Gemeinschaft sozusagen. Es ist für mich klar, dass ich niemandem wehtun will oder dass ich freundlich bin zu Leuten. Es ist irgendwie so auch für mich auch ein Teil der Moral sozusagen, also der Wertevorstellungen, wie man mit anderen umgeht sozusagen. Ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist für mich gesamtgesellschaftlich schon relativ klar definiert. Da, finde ich, bewegen wir uns alle auf einer Ebene. Ich glaube, da muss man nicht darüber diskutieren, dass man niemanden verletzen soll oder dass man einfach freundlich ist, dass man hilfsbereit ist. Das sind so auch so Werte, die da irgendwie mit reinspielen. Jetzt ist es nur so, bei Aktien oder bei Investments ist es jetzt nicht mehr ganz so leicht, finde ich, weil man da natürlich auch so ein bisschen auf sich selber gestellt ist. Weil ich kann ja nicht, ich kann ja nicht sagen, ich kann ja so einen Wert, einen moralischen Wert nicht auf euch überstülpen, über ein Investment, über ein Investmentthema, was ja eigentlich meine moralische Vorstellung ist, aber vielleicht auch nicht deine. Das muss ja jetzt nicht damit zu tun hängen, dass man jemandem wehtut, sondern bei Aktien ist es natürlich auf anderer Ebene gesehen. Findet man es gut zum Beispiel, ich gehe jetzt mal alle Bereiche durch, die ich als moralisch zumindest zu diskutieren finde, die man einfach mal besprechen kann, aber jeder sieht es natürlich anders. Das will ich am Anfang sagen. So eine Moral, vor allem wenn es um Investments geht, kann man ganz, ganz schwer auf andere übertragen. Das will ich wirklich auch jedem nochmal sagen von euch. Versucht euch nicht gegenseitig anzugreifen oder zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Also diese Moralkeule, wie gesagt, würde ich nicht über jemand anderen schwingen, sondern erstmal nur bei euch schauen. Da würde ich vor der eigenen Tür erstmal kehren sozusagen und mal überprüfen, was bedeutet das für mich? Was ist für mich moralisch vertretbar? In welche Unternehmen würde ich investieren und in welche würde ich es nicht machen? Aber weniger zu schauen, was jetzt die anderen machen oder was cool ist von dem anderen oder was nicht so geil ist von dem anderen, sondern erstmal bei euch schauen, was für Werte für euch klar gehen und welche nicht. Und ich finde, ich habe bei mir zumindest ein paar, wo ich sagen würde, das muss ich nicht machen, das muss ich nicht machen, vor allem in einem Bereich, wo ich sage, ich würde never ever so einen Wert bei mir ins Depot nehmen. Finde ich ganz, ganz klar. Aber das ist eben auch nur meine Überzeugung, auch nur mein Depot. Das würde ich damit klar machen. Wir gehen jetzt mal zum ersten Bereich und der erste Bereich ist für mich die Tabakindustrie. Die Tabakindustrie, das ist schwer zu sagen, weil ich will natürlich auch nicht sagen, ich kann nicht sagen, Rauchen ist gut. Ich kann es einfach nicht sagen, weil Rauchen ist einfach nicht gut. Rauchen ist nicht gesund und ist tödlich, okay? Ich glaube, so einen Nenner haben wir. Aber ich will auch niemanden verurteilen, der jetzt einen Tabakwert im Depot hat, weil es ist ja so, grundsätzlich muss man sagen, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, kaufst du dir ja nicht einem Unternehmen ab erstmal. Du unterstützt dadurch in erster Linie nicht zum Beispiel einen Altria oder so, wenn du eine Aktie kaufst, sondern du kaufst die Aktie einem anderen Investor ab, einem anderen Aktionär. Du kaufst ihm einfach ab. Also das hat mit dem Unternehmen an sich erstmal nichts zu tun. Es geht natürlich um die Aktie von Altria, aber die Altria hat dahingehend erstmal keinen Vorteil, nur weil du die Aktie kaufst. Sie haben dann schon einen Vorteil, wenn das natürlich ganz viele Leute machen und der Kurs steigt und du vielleicht auch ein besseres Ranking bekommst oder dich besser finanzieren kannst. Dahingehend hat ein Unternehmen schon wieder Vorteile, wenn viele Aktien gekauft werden und du eine Aktie eben kaufst von einem Tabakunternehmen. Aber in erster Linie, im ersten Schritt, kaufst du eine Aktie nur jemandem anderen erstmal ab und das Unternehmen hat an sich nichts davon. Das muss man erstmal dazu sagen. Jetzt ist es so, bei Tabak streiten sich natürlich die Geister, die einen sagen, ja das ist super geil, weil das ist eine super hohe Ausschüttung, warum sollte ich die, die Unternehmen schütten ja traditionell immer hoch aus, warum sollte ich die mir entgehen lassen? Klar. Und deswegen würde ich sagen, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er investiert einfach auch vielleicht in eine British American Tobacco, keine Quellensteuer, keine Quellensteuer in Großbritannien und so weiter. Das ist natürlich eine schöne Ausschüttung. Ich kann aber auch Leute sagen, oder verstehen, die sagen, sie möchten keinen Tabak im Depot haben. Das ist jetzt für mich, hey, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Ich, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt ein Tabakunternehmen ins Depot nehme oder nicht, wenn ich zum Beispiel Tabak als Konsumgut einstufe, würde ich sagen, ich würde mir erst mal ein anderes Unternehmen ins Depot nehmen, weil ich, meine Mutter raucht auch und ich fühle mich damit einfach nicht wohl, jetzt einen Tabakkonzern ins Depot zu nehmen, weil ich damit einfach nicht so klarkomme. Man darf nicht vergessen, ich habe jetzt gesagt, dass das Unternehmen erstmal nichts davon hat, man darf aber nicht vergessen, dass du trotzdem auch Unternehmensanteilseigner bist. Du bist Mitunternehmer einer Firma, wenn du eine Aktie kaufst. Das bist du. Und das möchte ich halt nicht bei einem Tabakkonzern Mitunternehmer sein, das will ich einfach nicht. Deswegen kann ich die Wahl treffen, investiere ich jetzt in zyklischen Konsum oder Basiskonsum, kann man ja auslegen, wie man will jetzt. Manche sagen auch, es ist Basiskonsum, weil es ja schwankungsarm ist, weil die Leute rauchen immer, was ja irgendwie auch stimmt. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Konsumwert wie in der LVMH oder weiß ich nicht, was könnte man noch nehmen oder so ein Klassiker wie jetzt Procter & Gamble oder so oder ich nehme einen British American Tobacco, dann würde ich mich eben für die anderen entscheiden. Dann würde ich keinen Tabak nehmen. Aber wie gesagt, ich finde es auch voll verständlich oder okay, wenn das jemand macht. Das ist für mich der erste Wert. Wir gehen jetzt mal weiter und zwar gehen wir jetzt zum Öl. Öl ist nämlich auch so ein heikles Thema. Also ich kann jetzt nicht per se sagen, ich kann nicht in Ölaktien investieren, weil ganz ehrlich, das wäre für mich so eine kleine Doppelmoral. Ich fahre ja auch zur Shell-Tankstelle und tankt meinen Benzin. Ich fahre vielleicht auch mal mit dem Boot rüber. Wir wohnen auf La Palma. Ich fahre mit dem Boot vielleicht auch mal rüber nach Teneriffa und das fährst du halt einfach mit so einem Öldampfer. Fährst du da halt rüber. Wenn ich jetzt sage, ich würde nie und nimmer ein Öl investieren, ist es für mich auch immer schwierig, weil theoretisch nutze ich das ja trotzdem. Also ich kann einerseits sagen, ich investiere zwar nicht, auf der anderen Seite nutze ich dieses Produkt ja auch selber. Das ist für mich ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen, ich würde nie Öl ins Depot nehmen, weil ich einfach auch mit meinem Auto tanke. Aber ich kann sagen, ich nehme kein Öl ins Depot, weil ich langfristig nicht dran glaube. Das kann ich schon machen. Und wenn ich jetzt die Wahl habe wieder, die Wahl zwischen Öl und zum Beispiel einem Rohstoffwert, ich finde immer, ein Rohstoffwert sollte im Depot sein, je nachdem noch Größe, vielleicht auch zwei Werte, dann kann ich mich entscheiden zwischen einer Linde, Industriegase auch im Rohstoffbereich oder einer Shell. Und dann würde ich mich zum Beispiel für Linde entscheiden, weil ich dieses Geschäftsmodell als langfristig stabiler ansehe als Öl. Öl brauchen wir auch noch, mit Sicherheit noch jahrelang, aber vielleicht in 50 Jahren nicht mehr so krass. Und wenn ich mein Depot aufstelle auf einen ganz, ganz langen Zeitraum und es nicht immer ständig ändern will, würde ich jetzt Öl erstmal rauslassen. Aber auch da, Doppelmoral, weil ich benutze es ja sonst auch, kann ich jeden verstehen, der sagt, für mich kommt eine Exxon Mobile ins Depot oder eine Chevron. Das ist voll, voll okay. Also der zweite Punkt ist das Öl. Muss jeder für sich selber entscheiden. Der dritte Punkt wäre für mich Alkohol. Ganz ehrlich, ich habe eine L-Form H im Depot. Also die haben auch einen Alkoholbereich, ob es jetzt Champagner, Wein und so weiter ist. Natürlich auch. Ich könnte jetzt nicht sagen, nein, ich investiere nicht in Alkohol. Dann würde mir der erste von euch schreiben und sagen, ja kannst du das in der L-Form H im Depot. Das geht halt auch nicht. Aber wenn ich mich dann wiederum entscheiden muss, oder ich muss mich ja, also, wenn ich mich entscheiden kann zwischen einer Diageo oder ich nehme zum Beispiel ein Konsumgut, eine, ja, sind wir auch wieder bei George & Dwight oder so, dann würde ich mich persönlich jetzt eher für George & Dwight entscheiden, weil ich jetzt natürlich nicht unbedingt ein Konzern im Depot haben möchte, wo es jetzt nur um Alkohol geht. Wie bei einer Diageo. Ich glaube, da geht es ja nur um Alkohol. Also das muss ich ja nicht. Obwohl ich sage, ich trinke ja manchmal auch ein Bier oder so. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich kann mich in dem Moment immer noch entscheiden, will ich es im Depot haben oder nicht. Obwohl ich natürlich weiß, ja, ich bin auch Konsument und das ist für mich auch wichtig immer zu verstehen. Man kann nicht sagen, man investiert daran nicht, aber man trinkt es trotzdem. Ist halt schwer, ne? Aber ich kann mich trotzdem entscheiden, will ich das Depot, das Unternehmen im Depot haben oder eben nicht. Die Entscheidung, die kann ich eben treffen. Aber ich finde es auch voll okay, wenn die Leute sagen, eine Diageo gehört für mich ins Depot, eine LVMH. Was haben wir denn noch? Diese Anhäuser Busch zum Beispiel. Das ist ja glaube ich auch ein Bierkonzern, oder? Wo ganz viele Biermarken dabei sind. Aber ich glaube, der Punkt wird klar. Das ist auch kein richtig, kein falsch. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich würde nie jemanden verurteilen, wenn er jetzt Alkohol im Depot hat oder weiß ich nicht. Aber man könnte auch sagen, McDonalds. McDonalds, da sterben Tausende, bestimmt hunderttausende Rinder jedes Jahr, um halt einen Burger zu machen. Auf der anderen Seite bin ich manchmal auch bei McDonalds. Also ich kann nicht sagen, McDonalds ist keine Aktie, die ich nicht investieren würde. Das ist so schwer, das ist so schwer. Moral ist ein ganz, ganz schweres Thema. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Jetzt haben wir den dritten Punkt schon gehabt, Alkohol. Jetzt kommt der vierte, wichtige Punkt für mich. Und da muss ich sagen, ja, da fühle ich mich richtig schlecht. So eine Art von Unternehmen kann ich nicht im Depot haben. Und es geht natürlich um Rüstung. Ich kann nicht sagen, dass ich mich wohlfühle damit, wenn ich eine Lockheed Martin im Depot habe oder eine Rheinmetall oder so. Es kann nicht sein. Das Problem ist aber, ich weiß natürlich auch, wenn es keine Rüstungsunternehmen gäbe, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass jetzt die Ukraine sich nicht verteidigen könnte als Land. Oder wenn jetzt Deutschland mal angegriffen werden würde, was ja, was immer ganz, ganz weit weg ist, aber auch in letzter Zeit vielleicht auch wieder näher herangerückt ist an uns. Und wir dann aber sagen, ja, cool, wir haben aber gar keine Waffen, uns zu verteidigen, theoretisch. Das ist natürlich auch bitter zu sagen, ich investiere da nicht in Rüstungsunternehmen. Ihr versteht diese Zwangs, diese Lage, in der man so ist. Also ich könnte nie sagen, ihr dürft nicht in Rüstung investieren, weil das ist halt schwer. Die Welt besteht leider auch aus Rüstung. Ich kann nur sagen, ich kann mich aber nicht wohl, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich einen Rüstungskonzern im Depot habe. Ich kann nicht sagen, Konsti, du bist Miteigentümer zu einem ganz kleinen Prozentsatz von einer Rheinmetall. Das kann ich leider nicht. Das geht nicht. Obwohl ich trotzdem weiß, dass diese Unternehmen nicht einfach wegzudenken sind oder dass sie zu einem ganz, ganz kleinen Satz natürlich auch helfen können, wie jetzt zum Beispiel einem Land wie die Ukraine, sich zu verteidigen zumindest. Es ist so schwer, dieses Thema. Es ist so schwer. Aber ich kann ganz, ganz klar sagen, ich werde bei mir kein Rüstungsunternehmen mit reinnehmen. Das kann ich nicht. Da sträuben sich bei mir alle Haare. Obwohl ich, wie gesagt, den Unterschied, ich kann schon differenzieren. Das ist einfach, ich hoffe, das kam jetzt rüber, dass es halt nicht so leicht ist. Die Frage von Moral ist einfach nicht so leicht zu beantworten. Und man kann auch nicht, man sollte sich immer die Frage der Doppelmoral stellen. Kann man wirklich nicht investieren in das Unternehmen, aber nutzt man diese Produkte trotzdem? Das würde ich mich schon mal hinterfragen und mal überlegen, wie mache ich das eigentlich? Wie ist so mein Alltag aufgestellt? Das finde ich jetzt so als Fati, könnte man vielleicht nicht sagen, habt ihr denn Unternehmen im Depot, wo ihr sagt, ja, das ist moralisch vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber ich habe sie trotzdem, ich kann das vertreten. Oder sagt ihr, ihr wollt, ihr habt Unternehmen nicht im Depot, die ich moralisch einfach gesehen nicht reinnehmen kann, weil das einfach für euch nicht klar geht. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Ich versuche, das wirklich differenziert zu sehen und ich kann niemanden verurteilen, der sagt, er hat eine Lockheed Martin im Depot. Das ist, ganz ehrlich, das ist irgendwie für jeden, für jeden selber zu entscheiden. Ich kann das für niemand anderen entscheiden. und ich werde auch niemanden verurteilen dafür. Und das will ich euch nur sagen, macht es auch nicht. Macht es so, dass es nur für euch wichtig ist und niemand anderen dafür irgendwie bloßzustellen und so weiter. Das ist bei dieser Frage der Moral gesellschaftlich gesehen vielleicht eine andere Frage. Da kann man das schon eher machen als Gesellschaft, aber nicht als Einzelperson, vor allem wenn es um Investments geht, vielleicht auch um andere Bereiche. Aber bei uns, wir drehen, das dreht sich halt eben um Aktien. Super schwierig, zu rauszuarbeiten. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen machen, zumindest wie bei mir im Depot ist. Ich habe kein Öl im Depot, ich habe auch keinen Tabak im Depot, ich habe auch nicht viel Alkohol im Depot. LVMH kaufe ich jetzt nicht wegen dem Alkohol, aber ich weiß, dass es eben mit dabei ist. Und ich würde mir auch never ever ein Rüstungskonzern ins Depot nehmen, obwohl ich eben weiß, dass es nicht so leicht zu beantworten ist. Schreibt mir gerne mal eure Meinung. Da kann man wirklich diskutieren. Wichtig ist nur immer, dass es konstruktiv ist, dass hier keiner angegriffen wird. Auch keiner von euch, der jetzt kommentiert, wieder von wem anderen angegriffen wird und so weiter. Ich glaube, ich konnte das jetzt mal klarstellen. Schreibt mir das gerne. Wie ist eure moralische Vorstellung und was habt ihr da im Depot, was ihr, oder was habt ihr nicht im Depot, was ihr moralisch eben hinterfragt. Würde mich sehr interessieren, eure Meinung. Und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr hier weiter dabei sein wollt bei der Reise. Und wir uns öfter über solche Themen austauschen wollen, die jetzt nicht immer so Mainstream sind, wo man einfach mal diskutieren kann und die aber auch wichtig sind, die man einfach mal ansprechen muss, um mal zu sehen, wie ist denn eigentlich die Meinung auch von der Community. Finde ich ganz, ganz wichtig, auch euch mal zu hören, was ihr dazu sagt. Also vier wichtige Themen habe ich angesprochen. Es gibt mit sicher noch ganz, ganz viele andere. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was man noch herausarbeiten könnte. Natürlich dieses Thema Atomkraft, erneuerbare Energien und so weiter. Gibt ja wirklich ganz, ganz viel. Ja, aber ich mache jetzt mal Schluss. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, was ihr reinschreibt. Bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich bin der Konsti Decker. Stimme ist schon weg. Der Kanal heißt Einfach Aktien. Wir sehen und hören uns, wie gesagt, im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.